Alles klar, wir haben eine neue Quest. Hilfe! Was sind die denn? Ah ja, ich seh schon. Ach du scheiße, ein Goliath. Was ist das? Narre. Aber ich will erstmal hier die Story-Mission machen. Ja. Deswegen bin ich noch hier. Ach du scheiße. Ich bin dann mal weg. Ah, komm schon. Er ist weg. Na komm. Hui, das war ganz schön knapp. Geht doch. Das war ein guter Skin, den ich mir freigeschaltet hab. Sogar ein sehr guter Skill. Oder? So, jetzt brauchen wir nur noch hier diese Kau-Bumm-Dingsbums oder wie die heißen. Ah ja, ich muss... Ah, nein. Ah, egal. Geh mir hier lang. Und schauen wir mal ganz kurz. Was ist hier los? In dieser Welt hier habe ich Schwächen entdeckt. Dort greife ich an. Ach, scheiße. Na wohl, ein paar hab ich getroffen. Ja, da muss ich rein. Wenn du jetzt noch sagst, wie? Ah, ich verstehe. Richtig. Ist der jetzt eigentlich auf unserer Seite oder ist der böse? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Oh Gott. Oh oh. Oh oh. Unser Schild ist gleich wieder weg. Unser Schild ist weg. Unser Schild ist kaputt. Ich glaub, der ist böse. Ist das der letzte? Ach, komm schon. Alter, Schwede. Das ist ein Mistinger. Ah. Hier, einmal da. Toll, ich hab den jetzt nicht getroffen. Der ist aber weg. So, jetzt holen wir uns erstmal die, äh, Teile. Erstmal da hinten. Da war eins. Das weiß ich. Da vorne. So. Juhu. Super. Wo denn? Ah, okay. Bald schlage ich zu. Erstmal die wegmachen hier. Die nerven. Die nerven mich der. Wo sind sie? So, der dürfte jetzt eigentlich Matsch sein. Der ist Matsch. stirbt, die Drecksacken. Und tschüss. Noch einer. Na, eigentlich nicht. Wo muss ich denn jetzt da hin? Ich muss da hoch. Aber wie komm ich da hoch? Das sieht ziemlich weit enden aus. Ah, ich verstehe. Irgendwie hier. Ach, da hinten ist das. Wie komm ich denn da hin? Da hinten. Alles klar. Hö. Hö. Mensch. Glaubst du ja nicht hier. Ach, scheiß Geld. Ich brauch Munition. Wofür brauchen wir das Geld? Ehrlich. Wir finden doch eh alles. Schalten Sie aus. Radio brauchen wir net. Da schauen wir uns zu dir. Geht doch. Danke. Was ist das denn? Nichts. Hast du die Kaboomabums? Super geil. Bring das Zeug sehr dann was. Nicht ein paar arsengeile Damen draus, die den Zug für dich hijacken. Das ist ja nett von dir. Vielen Dank. Ich habe ja doch gerade eben noch was gesehen. Da vorne. Genau. Okay. Alles voll. Hö. Oh, oh. Oh, oh. Vielen Dank, vielen Dank. Oh, oh. Ich bin dann rassig. Und dann das hier. Haha. Was ist das denn? Ich habe da hinten mal was gesehen. Ja, Energie. Aber brauchen wir gar nicht. Keine Riturium. Keine Riturium. Keine Riturium. Keine Riturium. Keine Riturium. Ich glaube, der ist böse. Ich will mich die ganze Zeit erschießen, der Typ. Eine Frage. Ach ja, andere Seite. Andere Richtungen, meine ich. Perfekt. Dankeschön. Ich mag die Shotgun, die ist irgendwie witzig. Geil. Ich mag die. Stirb. Stirb. Na komm, nochmal. Wir haben von den Shotgun. Hallo. Ja, wuhu. So, wo ist er denn? Hier. Ei. Nein. Sekündchen noch. Das wird super. Ah ja. Au. Schwing deinen Hintern aus meiner Werkstatt, Mann. Für das hier muss ich allein sein. Okay. Ich bin eine Teekanne, bin voller Blut und so. Hier ist mein Henkel und hier ist mein Popo. Ah, hups. Bau eine kleine Bombe in ein geiles Dämchen. Jag damit was hoch und alle sterben. Matsch. Matsch, Matsch, Matsch. Uh, ihr seht verflucht gut aus, Ladies. Schieß an die Arbeit. Ach du Scheiße. Jawohl. Zwillinge. Hohohoho. Nimm sie. Nimm sie, nimm sie, nimm sie. Ich bedanke mich. Setz die Damen einfach nahe der Schienen ab und mach sie scharf. Guter Plan? Super Plan. Okay, okay. Machen wir. Okay, Kumpel. Geh mir's an. Äh, Tina. Tiny Tina, veranschalt deine Tee-Party und benötigt deine Hilfe. Alles klar, Koi. Eine voll wichtige Tee-Party. Aber mein Date ist nicht aufgetaucht. Und ohne Begleitung siehst du mich auf keiner Party. Vergiss es! Sein Name ist Sir Reginald von Bartlesby. Ein hiesiger Aristokrat und Kunsthändler. Ich glaube, seine Mutter hat ihn verwurrt. Du wirst sie überreden, ihnen meine Obhut zu geben. Ha, ha. Alter, Schwede. Moment, ich mach hier erst nochmal, äh, nee. Ich mach die Untertitel wieder an. Ist doch irgendwie besser. Und ich guck mal, ob wir uns jetzt mal ganz kurz ein Stückchen hochleveln können. Äh, nö, Skillpunkte haben wir nicht, aber ein Badass ran. Schön. Das können wir dann machen. Schuss, Chillkapazität, das nehmen wir. Schön. Einen halben Prozent höher. Welche Quests haben wir denn jetzt noch offen? Einmal hier Mord. Dingsbums. Alter, Schwede. Ich finde das Waffenversteck des Toten Banditen. Ähm. Machen wir noch. Wir werden aber auf jeden Fall erstmal die Storymission weitermachen. Genau. Aber ich mach hier nochmal einen ganz, ganz kurzen Cut. Und dann geht's direkt mit der Storymission weiter. Und wenn wir die Storymission geschafft haben, dann machen wir erstmal die Nebenquests wieder. So, also. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, ein bisschen zuzugucken. Und wir sehen uns wieder. Macht's gut. Macht's gut.